Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Bevor wir mit dem heutigen Video durchstarten, habe ich aber nach längerer Zeit mal wieder ein tolles und diesmal auch einzigartiges Angebot von Podimo für all diejenigen von euch, die True Crime nicht nur hier auf YouTube in Form von Videos interessiert verfolgen, sondern auch die, wie ich True Crime gerne und interessiert in Form von Podcast hören. Denn Podcasts und Hörbücher hören, das wisst ihr, wenn ihr diesen Kanal hier schon länger verfolgt, gehört für mich seit Jahren zur täglichen Routine und was meinen Podcast-Konsum angeht, habe ich mich schon vor langer Zeit für Podimo entschieden. Denn bei Podimo heißt es unbegrenzt so viel Podcast hören, wie man will. Ob beim Kochen, Aufräumen, Einkaufen oder einfach mal beim Entspannen zu Hause auf der Couch. Bei Podimo findet ihr eine riesige Auswahl. Auch und vor allen Dingen an exklusiven Podcasts, die es nur dort gibt. Und außerdem sind alle Themen vertreten. Persönliche Entwicklung, Erziehung, Weiterbildung, Business Marketing, Geschichte, Liebe, Freundschaft, aber natürlich und vor allem auch True Crime. Und die exklusiven True Crime Podcasts auf Podimo sind meiner Meinung nach die besten, die es überhaupt gibt. Ihr wollt Podimo gerne ausprobieren und euch durchtesten? Dann werft einen Blick in die Infobox. Dort findet ihr ganz oben meinen persönlichen Link zu Podimo, mit dem ihr zu einem einzigartigen Angebot kommt, das es so vorher noch nie gegeben hat. Nämlich ein ganzes Jahr lang alle Podimo Podcasts ohne Limit genießen. Und das für nur einmalig 29,94 Euro statt dem regulären Preis von 59,88 Euro. Das heißt, ihr spart euch mit diesem Angebot fast 30 Euro und könnt ein ganzes Jahr lang das umfangreiche Angebot voll ausnutzen und Podimo Podcasts hören, wie es euch gefällt. Podimo kann immer und jederzeit auch wieder gekündigt werden. Falls ihr also bei diesem Angebot innerhalb des Jahres kündigt, dann endet das Abo automatisch, wenn das Jahr vorbei ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet. Und jetzt zurück zum Video. In meinem heutigen Video sprechen wir über ein kleines Mädchen namens Mary Boyle, die in Irland, in dem Land, in dem sie im Jahr 1977 mit ihrer Familie gelebt hat, bis heute eine traurige Berühmtheit ist. Ihr Verschwinden im März 1977 löste die längste und umfangreichste Suche nach einem vermissten Kind in der Republik Irland aus. Und der Fall ist auf der einen Seite wegen seiner politischen Brisanz, auf der anderen Seite aber auch wegen dem Vorwurf der Inkompetenz an die Behörden immer wieder in die Schlagzeilen gekommen. Doch für Marys Familie spielte und spielt das alles eher eine geringe Rolle. Denn sie sind einfach nur erschüttert und unendlich traurig seit diesem verhängnisvollen Dienstag im März 1977, an dem Mary unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Doch was passierte an diesem Tag eigentlich genau? Und gibt es wirklich keine Hinweise darauf, was Mary zugestoßen sein könnte oder wer für ihr Verschwinden verantwortlich ist? Schauen wir uns diesen Tag noch einmal genau an und machen dazu eine Reise. 45 Jahre in die Vergangenheit. In eine kleine Stadt namens Ballyshannon im Norden Irlands. Mary Boyle wird nur eine Minute nach ihrer Zwillingsschwester Annie Boyle am 14. Juni 1970 in einem Krankenhaus in Birmingham, der zweitgrößten Stadt Großbritanniens, geboren. Anfang der 1970er Jahre lebten die Boyles, die ursprünglich aus Irland stammten, zwar noch in England, jedoch hatten Marys Eltern Charlie und Ann Boyle schon lange den Wunsch, wieder in die alte Heimat nach Irland zurückzukehren. Nicht nur, weil sowohl Charlies als auch Annes Eltern und Geschwister dort lebten und die Großeltern natürlich ihre Enkelkinder gerne um sich haben wollten, sondern auch deswegen, weil sie ihre alte Heimat sehr vermisst haben, seit sie 1966 nach England übergesiedelt sind. Nur zwei Jahre nach der Geburt der Zwillinge packen die Boys ihre Koffer und machen sich auf den Weg nach Hause, nach Irland. Und nur wenige Wochen später beginnt die Familie in County Donegal, genauer gesagt in King Kessler, dem kleinen Ort im Nordwesten Irlands, aus dem Charlie, Ann und ihre ganze Familie stammten, gemeinsam mit ihren Kindern ein neues Leben. Kilometerlange Küsten, zerklüftete Felsen, Wasserfälle, Naturschutzgebiete und außen drumherum Wälder und Wiesen mit Schafherden, soweit das Auge reicht. Ein herrlicher Ort zum Aufwachsen für die Boyl-Kinder. Mary, ihre Zwillingsschwester Ann und ihr drei Jahre älterer Bruder Patrick entwickelten sich ganz wunderbar. Und auch wenn die Boys nicht viel besitzen. Charlie hat schnell Arbeit in einer Fabrik in King Kessler gefunden. Sie haben ein Dach über dem Kopf, wohnen nur wenige Kilometer vom Rest der Familie entfernt, die sie regelmäßig besuchen. Und ja, sie sind glücklich und zufrieden. Glücklich und zufrieden. Bis nur fünf Jahre später, im März 1977, sich das Leben dieser gesamten Familie auf tragische und unwiederbringliche Weise verändern wird. Die im Jahr 1977 inzwischen sechs Jahre alte Mary ist ein glückliches und ausgeglichenes Kind, das am liebsten gemeinsam mit ihren Geschwistern und den vielen Kindern aus der Nachbarschaft draußen auf den Wiesen herumtollt. Und auch wenn es zwischen den Geschwistern, vor allen Dingen zwischen den beiden Mädchen und ihrem drei Jahre älteren Bruder, dem neunjährigen Patrick, immer mal wieder ordentlich kracht, so halten sie am Ende doch zusammen und stehen füreinander ein. Geschwister eben. Doch vor allen Dingen Mary und Annie waren ein Herz und eine Seele. Und auch wenn es aus wissenschaftlicher Sicht kein unsichtbares magisches Band gibt, das eine noch mal engere Bindung zwischen Zwillingen beweisen könnte, so hört man es doch immer wieder. Und genauso war es auch bei den Boyle-Schwestern. Mary und Annie sind eineige Zwillinge. Sie haben die gleichen Interessen und Leidenschaften, entwickeln sich in einem ähnlichen Tempo und sind unzertrennlich. Und man hört den Schmerz, den Kummer und die Traurigkeit auch nach über 40 Jahren in der Stimme von Annie Boyle, wenn sie über ihre Schwester Mary spricht. Es ist Dienstag, der 18. März 1977, St. Patrick's Day. An diesem Feiertag wird in Irland traditionell die Familie besucht. Man geht gemeinsam zum Gottesdienst, ist im Anschluss noch zusammen und sitzt teilweise bis spät am Abend beieinander. Und im Gegensatz zu heute, wo St. Patrick ja meist auch mit großen Paraden in Städten wie Dublin oder Limerick gefeiert wird, war es in den 70ern eher ein ruhiges Familienfest. Und auch die Boyles haben für diesen Tag große Pläne. Bereits am frühen Morgen machen sie sich auf den Weg ins 100 Kilometer entfernte Cushalot, dem kleinen Ort in der Nähe der 2500-Einwohner-Stadt Ballyshannon, in dem die Großeltern von Mary auf ihrer kleinen Farm leben. Dort soll heute mit Oma, Opa, Tanten, Onkel, Cousins und Gesinnen der Nationalfeiertag gefeiert werden. Und vor allem die Kinder freuen sich natürlich ganz besonders drauf. Um zu verstehen, unter welchen Umständen Mary an diesem Tag eigentlich verschwunden ist, müssen wir uns zunächst einmal den Ort genauer anschauen, an dem sie die letzten Stunden vor ihrem Verschwinden verbracht hat und wer eigentlich alles anwesend war. Die ländlich gelegene Farm mit dazugehörenden Cottage ihrer Großeltern Paddy und Lisboil liegt sehr ländlich. Der nächste Nachbar lebt ca. eine Meile entfernt und rund um das Gelände gibt es im Prinzip nur Wald, Wiese und unbefestigte Straßen. Und trotzdem, dass die Kinder sich dort gut ausgekannt haben, weil sie ja regelmäßig ihre Großeltern besucht haben, verlassen sie die Farm eigentlich nie. An diesem Tag sind, abgesehen von Mary, ihrem Bruder Patrick und ihrer Zwillingsschwester Anne, natürlich ihre Eltern Anne und Charlie anwesend. Genauso auch ihre Großeltern Paddy und Lis und zu guter Letzt ihr Onkel Jerry Gallagher mit seiner Frau Eva und deren beiden Söhnen Gerald und Gregory. Während also die fünf Kinder jetzt bereits am frühen Nachmittag draußen vor dem Cottage auf dem Farmgelände spielen und herumtoben, bereiten die Erwachsenen im Haus derweil das Abendessen vor. Alle bis auf Marys Onkel Gary Gallagher. Er ist zu diesem Zeitpunkt auf dem Dach des Cottage, denn einige Tage zuvor wurde das Dach beschädigt und Gary hat sich vorgenommen, wenn er ohnehin an diesem Feiertag da ist, dann wird er sich daran machen, dieses Dach zu reparieren. Denn dazu hat er sich einige Stunden vorher, am Vormittag des 18. März, bereits von einem Nachbarn eine Leiter ausgeliehen und jetzt macht er sich also auf den Weg hinauf aufs Dach, um mit seiner Arbeit zu beginnen. Gary hat später gesagt, dass, während er da oben gearbeitet hat, er die Kinder unten gesehen hat und dass er natürlich auch immer wieder mal einen Blick nach unten geworfen hat, doch nicht die ganze Zeit, denn er ist eben auf dem Dach und muss sich da auch so ein bisschen auf seine Arbeit konzentrieren, aber er hat gesagt, er hat die Kinder herumtoben gehört und ja, hat natürlich auch immer wieder mal runtergeschaut. Es ist circa 15.45 Uhr, als Gary Gallagher die Arbeit auf dem Dach des Cottages beendet hat. Das Dach ist repariert und er steigt die Leiter wieder nach unten und klemmt sie sich unter den Arm, denn er möchte die Leiter jetzt direkt gleich zu dem Nachbarn, von dem er sie sich einige Stunden zuvor ausgeliehen hat, zurückbringen. Das war so vereinbart und deswegen macht sich Gary jetzt zu Fuß auf den Weg zur Nachbarsfarm. Er hat später gesagt, dass er ganz bewusst nicht mit dem Auto rübergefahren ist, weil es einfach schneller geht, tatsächlich über die Wiesen zur Nachbarsfarm hinüber zu gehen und es ist auch nur ein Fußmarsch von circa 10 Minuten, deswegen geht er also jetzt zu Fuß. Doch schon kurz nachdem Gary losgegangen ist, fällt ihm auf, dass er verfolgt wird, nämlich von seiner sechs Jahre alten Nichte Mary. Mary ruft nach ihrem Onkel, sie winkt ihm und als er sich zu ihr umdreht und sie fragt, was sie will, sagt Mary, dass sie ihn begleiten will. Sie will mitgehen zu den Nachbarn. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Versionen, was als nächstes passiert sein soll. Die erste Version lautet, dass Gary irgendwann dann zu seiner Nichte gesagt hat, sie soll wieder umdrehen. Sie soll zurückgehen, er wäre gleich wieder da und das Essen wäre auch bald fertig, deswegen soll sie einfach wieder zurück zum Haus gehen. Die zweite Version ist allerdings, dass nachdem Mary ihrem Onkel eine kurze Zeit hinterher gelaufen ist, selbst wieder umgedreht und von sich aus zurück zum Haus ihrer Großeltern ging, weil sie keine Lust mehr hatte. Und ich persönlich glaube eher an diese Version, dass Mary von sich aus wieder zurückging, weil sie an diesem Tag Boots getragen hat, Schuhe, die ihr eine Nummer zu groß waren. Und sie hatte sich wohl vorher schon darüber beklagt, dass sie aus diesen Schuhen immer rausschlüpft und dass sie damit nicht richtig herumlaufen und herumtollen kann. Deswegen ist es jetzt für mich eher wahrscheinlich, dass sie von sich aus gesagt hat, sie geht wieder zurück, weil der Fußmarsch über die matschigen Wiesen jetzt auch ziemlich anstrengend gewesen sein dürfte, vor allen Dingen, wenn man Schuhe trägt, die einem zu groß sind und aus denen man ständig herausschlüpft. Tatsache ist aber, Mary hat ihren Onkel nicht zu den Nachbarn begleitet, sondern hat, kurz nachdem dieser losgegangen ist, wieder umgedreht und ist zurückgegangen zum Cottage ihrer Großeltern. Gary hat dann seiner Nichte wohl noch kurz nachgeschaut und hat gesehen, dass sie sich auf den selben Weg, den die beiden gerade miteinander gegangen sind, wieder zurück aufmacht zum Haus ihrer Großeltern. Und als sie aus seinem Blickfeld verschwunden ist, trug sie ihren violetten Lieblingspullover, eine braune Hose, ihre schwarzen Wellington-Boots, die ihr, wie gesagt, ein bisschen zu groß gewesen sind, und eine weiße Schleife in ihrem Haar. Es gab damals und gibt auch heute noch sehr viele Menschen, die Gary Gallagher dafür verurteilen, dass er Mary nicht mit zum Haus der Nachbarn einfach mitgenommen hat oder auch, dass er sie alleine hat zurückgehen lassen. Ich persönlich finde sowas immer sehr schwierig, denn man muss einfach die Umstände bedenken. Mary war zu dem Zeitpunkt, als sie umgedreht und zurückgegangen ist, nur ungefähr fünf Minuten vom Cottage entfernt. Sie kannte sich in der Gegend sehr gut aus, weil sie viele Wochenenden in der Vergangenheit dort verbracht hat. Es war hellig, der Tag. Und am allerwichtigsten ist, dass man sich immer klar macht, in welcher Zeit man sich gerade befindet. Während Eltern heutzutage ihre Kinder kaum noch aus den Augen lassen, weil sie einfach sensibilisierter sind für Gefahren, die sich ergeben können, so war das in den 70ern und auch in den 80ern, was ich persönlich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, noch ganz anders. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man Gary Gallagher einen Vorwurf machen kann, dass er Mary hat alleine zurückgehen lassen. Aber das ist nur meine Meinung. Wie auch immer, 45 Minuten, nachdem er seine Nichte zuletzt gesehen hat, kommt Gary dann wieder am Haus bei seiner Familie an. Er hatte sich noch eine ganze Zeit lang mit den Nachbarn über die Reparatur des Daches unterhalten und jetzt ist er also wieder da. Doch Gary fällt gleich auf, als er vor das Cottage kommt, dass die Kinder nicht mehr zu fünft sind, sondern nur noch zu viert. Mary ist nicht dabei. Gary geht jetzt natürlich als nächstes direkt ins Haus, um nachzusehen, ob Mary vielleicht drin ist, aber auch dort ist sie nicht. Er erzählt seiner Familie davon und Marys Mutter Anne ist direkt besorgt. Sie läuft hinaus und fragt ihren Sohn Patrick, ob er Mary gesehen hat, wo sie ist. Doch Patrick sagt, dass Mary ihrem Onkel hinterhergegangen ist, um mit ihm gemeinsam zu den Nachbarn zu gehen und seitdem sei sie nicht mehr aufgetaucht. Er und auch die anderen Kinder hatten geglaubt, dass Mary eben ihren Onkel begleitet. Sie hatten sich überhaupt nichts dabei gedacht und dann eben auch sich keine Sorgen um sie gemacht. Daraufhin sucht die Familie jetzt gemeinsam das Haus, die Schuppen und auch das Farmgelände ab. Sie rufen immer wieder laut nach Mary, doch sie antwortet nicht. Und Gary erzählt jetzt natürlich auch, wie das kurz zuvor abgelaufen ist, dass Mary wieder zurückging, weswegen jetzt alle auch auf die Wiesen weiter hinauslaufen und auch dort nach Mary suchen und laut nach ihr rufen. Der Boden ist in dieser Gegend im März teilweise noch weich und schlammig und nicht weit entfernt, befindet sich auch ein großer See. Vielleicht ist Mary dort hingegangen. Vielleicht hatte sie einen Unfall, ist gestürzt, liegt irgendwo, ist verletzt. Doch die Familie findet keine Spur von ihr. Als Charlie Boyle, Marys Vater, zum See hinunterfährt, um nach seiner Tochter dort zu suchen, sieht er ein paar Fischer auf mehreren Booten. Einer davon ist ein Mann namens PJ Conlock, ein Bekannter von Marys Großeltern. Die Männer kommen an Land und beteiligen sich an der Suche rund um den See. Sie sind dort bereits seit Stunden und haben weder Mary gesehen noch irgendetwas anderes Verdächtiges beobachtet, weswegen man davon ausgehen kann, dass sie höchstwahrscheinlich nicht hinunter zum See gelaufen ist, nachdem sie sich von ihrem Onkel getrennt hat. Langsam wird es jetzt immer dunkler und dunkler. PJ Conlock, der Mann vom Fischerboot, der sich in den letzten anderthalb Stunden gemeinsam mit der Familie und auch seinen Freunden, die mit ihm gefischt haben, an der Suche nach Mary beteiligt hat, bietet ihren Eltern jetzt an, sie ins fünf Meilen entfernte Ballyshannon zu fahren, wo es eine kleine Polizeistation gibt. Und die Boys fahren dann auch gemeinsam mit PJ Conlock dorthin und melden ihre sechs Jahre alte Tochter am frühen Abend des 18. März als vermisst. Und für all diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, wieso fährt man da hin? Da ruft man doch einfach die Polizei an, die dann gleich mit einem Großaufgebot und am besten noch mit Hubschraubern und Spürhunden an Ort und Stelle eintrifft und sofort damit anfängt, nach diesem Kind zu suchen, ist es nochmal eine gute Erinnerung daran erneut, in welcher Zeit wir uns befinden. Es gab im Cottage von Marys Großeltern kein Telefon, wie auch in vielen anderen Familien zu dieser Zeit, weswegen sie einfach nicht anrufen konnten und dann direkt nach Ballyshannon gefahren sind. Und auch jetzt im Anschluss, die Möglichkeiten, die Technik, die Ausrüstung, allgemein die Bearbeitung von Vermisstenfällen, war zu dieser Zeit einfach ganz anders, als das heute der Fall ist. Eine Sache hat sich allerdings nicht verändert, auch in den letzten 40 Jahren nicht. Wird ein Kind innerhalb von 24 Stunden nach seinem Verschwinden nicht gefunden, dann sinken die Chancen auf eine Rückkehr rapide. Als die Polizei dann aber gegen 19 Uhr gemeinsam mit Marys Eltern und ihrem Onkel auf dem Farmgelände ankommt, ist es bereits stockdunkel, ein Sturm zieht auf und es regnet heftig, was natürlich jetzt die Suche der Polizei in dieser ländlichen Gegend zusätzlich erschwert. Die Polizei bekommt trotzdem noch an diesem Abend weitere Unterstützung durch einige Soldaten, die in der Gegend stationiert sind. Auch die Familiennachbarn und einige Freiwillige suchen mit Taschenlampen die ganze Gegend noch einmal ab. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass niemand, also weder die Familie noch die Polizei, zu diesem Zeitpunkt überhaupt auf den Gedanken gekommen ist, dass Mary auch entführt worden sein könnte. Wenn heute ein Kind mitten am Tag oder in einer Großstadt von einem Spielplatz oder aus einem Hotelzimmer in Portugal verschwindet, dann kommt sofort der Gedanke auf, das Kind könnte doch auch entführt worden sein. Doch als Mary Boyle jetzt in dieser ländlichen Gegend mitten im Nirgendwo in den 70er Jahren wie vom Erdboden verschluckt ist, da geht niemand davon aus, dass irgendjemand mit dem Auto vorbeigefahren ist und sich in diese Gegend verirrt haben könnte und dann beschlossen hat, Mary zu entführen. Ganz im Gegenteil. Die Polizei und auch die Familie sind davon überzeugt, dass Mary sich verlaufen hat, dass sie vielleicht irgendwo liegt, verletzt ist, einen Unfall hatte. Und genau darauf richtet sich jetzt auch die Suche nach ihr aus. Die ganze Nacht hindurch und auch am folgenden Tag wird die Suche nach Mary ausgeweitet. Es kommen auch zwei Helikopter zum Einsatz, doch man findet exakt gar nichts. Einen weiteren Tag später ist ihr Bild dann aber bereits in den lokalen Zeitungen abgedruckt mit einem Aufruf, dass man sich melden soll bei der Polizei, wenn man Mary gesehen hat oder irgendetwas Verdächtiges beobachtet hat. Und einige weitere Tage später ist ihr Bild dann auch in den großen Zeitungen im ganzen Land abgedruckt. Ein Glücksfall in Anführungsstrichen für die Familie, denn so bekommt ihr Verschwinden vor allen Dingen für die damaligen Verhältnisse doch mehr Aufmerksamkeit. Als es eine Woche nach ihrem Verschwinden nach wie vor nicht die kleinste Spur von Mary gibt, steht die Polizei vor einem großen Rätsel. Denn es wird immer unwahrscheinlicher, dass sie einen Unfall gehabt haben könnte oder dass sie sich einfach nur verlaufen hat. Denn die Gegend wurde in der Zwischenzeit mehrfach akribisch abgesucht und man hätte irgendetwas von ihr finden müssen. Trotzdem wird eine Woche nach ihrem Verschwinden dann auch nochmal der See, der ganz in der Nähe vom Cottage ihrer Großeltern liegt, mit Tauchern abgesucht. Und auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Mary in diesem See ertrunken sein könnte, weil ihr Körper inzwischen wahrscheinlich schon an die Oberfläche gekommen wäre, machen sich die Taucher tagelang dort auf die Suche nach ihr. Doch es wird nichts gefunden. Auch wenn in den kommenden sechs Wochen die Suche der Polizei intensiv weitergeht, sind sie der Frage, was mit Mary am Nachmittag des 18. März passiert ist, trotzdem kein Schritt näher gekommen. Und auch die Tatsache, dass die Zeitungen inzwischen schreiben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Mary überhaupt lebend noch gefunden wird, ist für ihre Familie kaum auszuhalten. Um die Ereignisse in der Stunde vor ihrem Verschwinden nachzustellen, kreiert die Polizei jetzt trotzdem eine Art Timeline mithilfe der Aussagen der Familienmitglieder und ihrem Onkel Jerry. Annie, ihre Zwillingsschwester, stellt gemeinsam mit ihrem Onkel die Szene noch einmal nach, als die beiden sich auf den Weg zum Nachbarn gemacht haben und Mary ihm gefolgt ist. Und sie versuchen nachzuvollziehen, welchen Weg Mary genommen haben könnte, als sie sich von ihrem Onkel getrennt hat. Und an dieser Stelle wird es jetzt auch ein bisschen seltsam, beziehungsweise vielleicht auch nicht, wenn man jetzt auch die damalige Zeit wieder bedenkt. Aus heutiger Sicht ist das, was die Polizei gemacht hat, doch etwas ungewöhnlich. Ich fand es aber auch interessant. Denn, wie ich euch gerade schon gesagt habe, Annie übernimmt jetzt quasi den Part ihrer Schwester, um diese Timeline zu kreieren. Das ist insofern, ja, auch sehr creepy, weil Annie ja ganz genau so aussieht wie Mary. Sie sind eineiige Zwillinge und die Polizei hat sich dann wohl auch erhofft, und da wird es eben jetzt seltsam, dass Annie, wenn diese Szene noch einmal nachgestellt wird und sie dann zurückgeht zum Haus, vielleicht irgendetwas spürt, dass sie irgendetwas wahrnimmt. Da kommt wieder diese Verbindung zwischen Zwillingen dann zutage. Die Polizei hat wohl irgendwie gehofft, dass Annie fast eine Art Eingebung haben könnte, dass Mary einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und sie sind in der Hoffnung, dass Annie jetzt vielleicht in eine ähnliche Richtung geht bei dieser Nachstellung. Man muss bedenken, Annie Boyle war zu diesem Zeitpunkt auch erst sechs Jahre alt. Sie muss jetzt damit zurechtkommen, dass ihre Zwillingsschwester spurlos verschwunden ist und ihre ganze Familie ist in Trauer und in Aufregung. Und das ist natürlich für dieses kleine Mädchen auch, ja, sie ist absolut überfordert gewesen, kann ich mir vorstellen in diesem Moment. Und am Ende kommt dabei auch nichts heraus, denn die Szene wird nachgestellt und Annie trennt sich dann von ihrem Onkel und geht einfach zurück zum Haus ihrer Großeltern. Also den Weg, den Mary hätte eigentlich auch gehen müssen, den sie aber offensichtlich nicht genommen hat. Oder es ist irgendetwas anderes passiert, was man aber durch Erstellen so einer Timeline gar nicht nachvollziehen kann. Anne und Charlie Boyle, Marys Eltern, beschließen jetzt trotzdem erst einmal noch im Haus der Großeltern zu bleiben, während sie die kleine Annie und ihren neun Jahre alten Sohn Patrick zurück nach Kinsall nach Hause schicken. Doch weitere fünf Wochen vergehen und es gibt trotzdem immer noch keine Spur von Mary, weswegen sich jetzt auch ihre Eltern entscheiden, zurück nach Hause zu fahren zu ihren Kindern. Ein schrecklicher und grausamer Zustand für die Familie Boyle bis heute. In den Jahren nach Marys Verschwinden wird es für niemanden in der Familie Boyle leichter. Ganz im Gegenteil. Trotzdem schafft es ihr älterer Bruder Patrick dann, seinen Schulabschluss zu machen und er geht zur Armee. Doch für ihre Zwillingsschwester Annie wird es immer schwerer, im Leben zurechtzukommen, um sich zurechtzufinden. Sie entgleitet ihrer Familie immer mehr. Eines Tages läuft sie sogar von zu Hause weg und der Verlust ihrer Zwillingsschwester trifft sie ganz besonders hart. Mit 17 wird sie schwanger und auch wenn sich daraufhin das Verhältnis zu ihrer Familie wieder etwas verbessert und sie ihre Tochter, die sie gesund zur Welt bringt, dann auch Mary nennt, also nach ihrer Schwester, ist es für Annie trotzdem sehr schwer, in dieser erzkatholischen Gegend als alleinstehende Frau ohne Ehemann mit einem Kind Akzeptanz zu finden. Im Jahr 2005 ereignet sich dann ein weiterer Schicksalsschlag für die Boyles. Vater Charlie stirbt bei einem Bootsunfall an der Küste von Donegal. Bis zum Schluss hat er die Hoffnung niemals aufgegeben, seine Tochter wiederzusehen oder zumindest herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Annie Boyle ist in den ganzen Jahren nach dem Verschwinden ihrer Schwester immer mehr zu der Überzeugung gelangt, dass Mary an diesem Tag entführt worden sein muss und dass man sie im Anschluss umgebracht hat. Und sie glaubt auch fest daran, dass Mary denjenigen gekannt haben muss. Denn, dass ein völlig fremder sich an diesem Feiertag in diese Gegend verirrt und spontan beschließt, ein Kind zu entführen, ist jetzt ohnehin eher unwahrscheinlich. Und da Mary ohne die geringste Spur innerhalb kürzester Zeit wie vom Erdboden verschluckt war, ist auch die Annahme, sie könnte mit jemandem mitgegangen sein, den sie kannte und der ihr anschließend etwas angetan haben könnte, auch nicht weit hergeholt. Es gab wohl auch, so kam es später dann heraus, während der Ermittlungen der Polizei an einem bestimmten Punkt dann auch einen Verdächtigen. Doch der Name dieses Verdächtigen wurde öffentlich nie genannt und das Ganze verlief dann auch bald im Sande. Doch nicht für Annie Boyle. Für sie verläuft das alles gar nicht im Sande. Denn sie ist davon überzeugt, dass der Mann, den die Polizei damals am Anfang schon verdächtigt hat, etwas mit dem Verschwinden ihrer Schwester zu tun zu haben, auch genau der ist, der es gewesen sein könnte. Im Jahr 2016 entschließt sie sich dazu, Teil einer Dokumentation mit dem Titel Mary Boyle, The Untold Story zu werden. Und in dieser Dokumentation wird auch zum ersten Mal die Theorie einer möglichen Entführung besprochen. Unter anderem, es gab auch noch einige andere Theorien, die in dieser Dokumentation Platz gefunden haben. Allerdings wurde Mary Boyle, The Untold Story, auch sehr schnell kontrovers diskutiert. Und der Grund dafür war, weil in dieser Dokumentation behauptet wurde, dass damals in den 70ern, als die Ermittlungen begonnen haben, sich einige politische Kräfte doch sehr deutlich in die Arbeit der Polizei eingemischt und diese auch beeinflusst haben sollen. In der Dokumentation wird wohl auch behauptet, dass ein hochrangiger Politiker die Polizei daran gehindert haben soll, den Verdächtigen, den sie damals hatten, weiter zu verfolgen oder überhaupt erst in diese Richtung zu ermitteln. Weder der Name dieses Verdächtigen, das hatte ich euch ja vorher schon gesagt, noch der Name des Politikers, der sich da eingemischt haben soll, wurde jemals der Öffentlichkeit bekannt. Das Erstaunliche daran ist aber wiederum, dass nachdem diese Dokumentation im Jahr 2016 erschienen ist, es jede Menge Beschwerden und auch Anklagen von Politikern gegeben hat. Und das, obwohl man, wie gesagt, noch nicht einmal einen Namen genannt hat in dieser Dokumentation. Das fand ich persönlich sehr interessant, vielleicht auch ein wenig erhellend, dass sich Menschen darüber aufregen oder beziehungsweise damit Anwalt und Klage drohen, wenn doch noch nicht einmal ein Name genannt wird und wenn doch da angeblich überhaupt nichts dran sein soll. Im Jahr 2011, also fünf Jahre, bevor diese Dokumentation überhaupt entstanden ist, hat die Familie Boll dann aber mit Hilfe auch von Spenden nochmal eine neue Untersuchung durchsetzen können an Ort und Stelle. Und die Ermittler haben dann natürlich auch die Technik aus dem Jahr 2011, die sich grundsätzlich unterscheidet, natürlich von der aus dem Jahr 1977 die Suche noch einmal erneut aufgenommen in der Gegend, rund um das inzwischen verlassene Cottage ihrer Großeltern, wo sie verschwand. Eine dänische Hellseherin hat sich dann auch noch zu Wort gemeldet und behauptet, sie wüsste, wo die sterblichen Überreste von Mary Boll dort begraben worden sind. Man hat an dieser Stelle gegraben, aber man hat sie nicht gefunden und allgemein kam bei dieser erneuten Untersuchung auch nichts heraus. Im Jahr 2017 hat Annie Boll dann versucht, Einsicht in die Ermittlungsakten von damals zu bekommen. Allerdings hat man ihr dann die Information gegeben, dass das nur möglich ist, wenn Mary ihre Schwester offiziell für tot erklärt wird. Annie hat dann versucht, ihre Mutter Anne davon zu überzeugen, Mary für tot erklären zu lassen, um Einsicht in die Ermittlungsakten zu bekommen. Doch ihre Mutter Anne hat das abgelehnt, weswegen es zu einem endgültigen Zerwürfnis zwischen Mutter und Tochter gekommen ist. Mary Elizabeth Boll ist seit dem 18. März 1977 spurlos verschwunden. Und auch wenn es später dann immer wieder so ein wenig danach aussah oder man den Eindruck bekommen könnte, dass da beeinflusst oder auch vertuscht worden ist, so gibt es dafür am Ende keinen stichhaltigen Beweis. Doch was könnte an diesem Tag passiert sein? Wie immer bei solch mysteriösen vermissten Fällen gibt es sehr viele Theorien und vor allen Dingen Spekulationen. Ich möchte trotzdem am Ende dieses Videos noch auf ein paar davon eingehen, die ich bei meiner Recherche gelesen habe. Marys Mutter Anne hatte einige Jahre nach dem Verschwinden ihrer Tochter immer wieder sowohl innerhalb der Familie als aber auch zu Freunden und Bekannten gesagt, dass sie glaubt, dass Mary an diesem Tag entführt worden ist. Allerdings nicht von jemandem, der sie danach umgebracht hat oder der ihr allgemein etwas Schlimmes angetan hat, sondern von jemandem, der selbst kein Kind haben konnte und der Mary deswegen mitgenommen hat. Und auch wenn diese Theorie auch für mich persönlich absolut unwahrscheinlich ist, so kann ich es doch irgendwo nachvollziehen, dass Anne Boyle sich das vorstellen wollte. Dass Mary von jemandem mitgenommen wurde und ein schönes Leben hatte, irgendwo anders, in Irland oder vielleicht in einem anderen Land. Dass sie vielleicht auch heute noch glücklich und zufrieden irgendwo lebt. Das kann man schon verstehen, dass sie sich das irgendwann für sich selbst zurechtgelegt hat, um in ihrem Leben einfach weitermachen zu können mit diesem unbeschreiblichen Verlust. Ich persönlich glaube das allerdings absolut nicht und wenn man sich auch ein bisschen mit diesem Fall beschäftigt, merkt man schnell, dass das eben nur Marys Mutter Anne gewesen ist, die das glaubt. Eine weitere Theorie ist nach wie vor immer noch die, dass Mary einen Unfall hatte, dass sie tatsächlich, nachdem sie sich von Onkel Jerry verabschiedet hat, zum Haus gehen wollte, aber dann durch was auch immer abgelenkt worden ist. Dass sie vielleicht ein Tier gesehen hat oder ein Geräusch gehört hat, das sie neugierig gemacht hat und dem sie dann einfach gefolgt ist. Dass sie vielleicht doch den Weg hinunter zum See gegangen ist und dort dann hineingefallen ist, ertrunken ist und dass man sie nicht gefunden hat. Wie gesagt, ich persönlich glaube auch daran nicht, denn die Suchaktion der Polizei in den Stunden und Tagen nach ihrem Verschwinden war vor allem in dieser Gegend intensiv und ich hatte euch zuvor ja schon von den Tauchern berichtet, die tagelang diesen doch überschaubaren See abgesucht haben und man hat nichts von Mary gefunden. Und vergessen wir nicht die Fischer, die an diesem Tag eben auch mehrere Stunden bereits am See unterwegs gewesen sind und die Mary weder gesehen noch irgendetwas gehört haben. Also ich halte die Theorie, dass sie einen Unfall hatte, zwar nicht für völlig ausgeschlossen natürlich, man kann gar nichts ausschließen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Dann gibt es natürlich die Theorie, dass Mary entführt worden ist, dass irgendein Fremder vorbeikam und sie mitnahm oder dass sie auch mit jemandem mitging, den sie kannte. Beides kann man natürlich nicht ausschließen und ich persönlich glaube auch, dass es eine dieser beiden Varianten gewesen sein muss, weil ich denke, wenn sie einen Unfall gehabt hätte, dann hätte man sie gefunden. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wer Mary entführt haben könnte und auch die Gründe für so eine Entführung sind natürlich zahlreich. Auch wenn es sich sehr unwahrscheinlich anhört, dass ein Fremder sich in diese Gegend verirrt und dann spontan entschließt, ein Kind zu entführen, ausschließen kann man es nicht und wenn Mary denjenigen gekannt hat, dann kann man noch viel weniger ausschließen, dass sie nicht einfach mit ihm mitgegangen ist. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass sie vielleicht den Weg bis zur Hauptstraße ging, der sehr weit ist, aber auch das kann man nicht ausschließen und dass es dort vielleicht zu einem Unfall gekommen ist. An diesem Feiertag wird traditionell auch hier und da einiges an Alkohol getrunken. Es könnte sein, dass sich jemand ins Auto gesetzt und auf den Weg nach Hause gemacht hat und Mary dort unten an der Straße vielleicht irgendwie in einen Unfall mit einem Auto verwickelt worden ist und dass der oder die Fahrerin Angst hatte, dass Alkohol am Steuer und so weiter, ein schwer verletztes Kind, dass sie Mary dann einfach ins Auto mitgenommen haben und ja, dass sie sie haben dann verschwinden lassen. Ende der 80er Jahre kam dann und auch das ist eine Theorie im Zusammenhang mit Mary Boyles verschwinden immer wieder der Name Robert Black auf. Robert Black war einer der schlimmsten Serienmörder in der Geschichte Großbritanniens, der wegen Entführung und Mordes an vier Mädchen im Alter zwischen sechs und elf Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Aufgrund seiner Arbeit, der er zu dieser Zeit nachging, war er sowohl in Schottland, aber auch in England und immer wieder auch in Irland unterwegs, gerade in ländlichen Gegenden, vor allem in Donegal, also der Gegend, in der das Haus von Marys Großeltern stand, wurde er immer wieder gesehen und an dem Tag, an dem Mary verschwunden ist, war Robert Black auch tatsächlich im Norden von Irland, genauer gesagt in Anagry, einem Ort circa eine Stunde von Cashelat entfernt, wo Mary an diesem Tag mit ihrer Familie war. Allerdings konnte man Robert Black im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden wohl nie etwas nachweisen, man hat seinen Van, den er zu dieser Zeit fuhr, dann auch nochmal auf Spuren untersucht, aber es hat sich nichts finden lassen, was irgendwie darauf hindeuten könnte, dass er Mary entführt hat oder dass er ihr irgendetwas angetan hat. Robert Black hat zugegeben, zwischen 1969 und 1987 insgesamt 19 Kinder getötet zu haben, er wurde allerdings nur zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen Mordes und Entführung von vier der Kinder. Er hat wohl immer abgestritten, irgendetwas mit dem Verschwinden von Mary Boyle zu tun zu haben, aber da könnte er natürlich auch gelogen haben. Annie Boyle versucht bis heute das Verschwinden ihrer Schwester nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Allerdings schenken die Medien dem Verschwinden von Mary kaum mehr Aufmerksamkeit, in den letzten Jahren dann wieder etwas mehr, weil ihre Schwester eben an der Dokumentation auch mitgewirkt hat, aber außerhalb von Irland ist dieser Fall wohl nicht sehr bekannt und im Jahr 2007 als Madeleine McKendon entführt wurde, kam auch Mary wieder zumindest ab und zu in die Zeitungen, allerdings nur, um darauf hinzuweisen, dass es auch eine irische Madeleine McKendon geben würde. Es gibt so unheimlich viele vermisste Kinder überall auf der Welt und es wäre ihnen und vor allen Dingen ihren Familien zu wünschen, dass sie alle dieselbe Aufmerksamkeit bekommen würden. Das Verschwinden von Mary Boyle ist, so habe ich zumindest den Eindruck gehabt, ein Vermisstenfall, der nicht sehr bekannt ist. Das liegt wahrscheinlich zum einen daran, weil es schon so viele Jahre, Jahrzehnte her ist, dass sie verschwand. Trotzdem war es mir genau aus diesem Grund wichtig, diesen Fall hier auf meinem Kanal zu machen und euch zu erzählen, was im März 1977 passiert ist. Und auch wenn man bis heute nicht weiß, was das genau war und man einfach nur die Umstände beschreiben kann, so fand ich es doch wichtig, euch von Mary zu erzählen. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und wie immer bin ich gespannt auf eure Meinung und Einschätzung zu dem, was ich euch gerade alles erzählt habe. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Schreibt mir gerne, was ihr glaubt, was mit Mary passiert sein könnte. Ob ihr auch denkt, dass eine der Theorien, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, sehr wahrscheinlich ist, eine andere wieder doch sehr unwahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr das Ganze seht, also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich jetzt von euch, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.